Musik und Ton machen zusammen 50% einer Filmproduktion aus. Deshalb bin ich sehr froh, dass jetzt neben mir Norbert Merdl sitzt, der für das verrückteste Ende der Welt sowohl die Musik als auch den Ton beisteuern wird. Norbert, ich muss dich jetzt fragen, du warst schon bei Space, du bist dafür verantwortlich, du bist da im Monat gesessen, es war wirklich ein harter Schäpf. Warum tust du dir das noch einmal an? Und wieder sind wir bei dem Problem, hinter der Kamera ist es einfach wirklich, wirklich schwer.